Meine Damen und Herren, ich bin Mystic von TER Gaming und heute habe ich ein bisschen ein unerfreuliches Thema für euch. Dies wird so zu einer Art Infovideo. Es geht darum, dass YouTube ein neues Content-Control-System eingeführt hat, welches eigentlich dazu da ist, um rauszufinden, ob irgendjemand Sachen benutzt, deren Rechte er nicht innehat. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen kompletten Film auf YouTube hochlade, dann wird dieser Film von diesem System erkannt und gepflegt. Das heißt, die Rechte werden einem direkt entzogen und man kann das Video, was man da hochgeladen hat, nicht mehr monetarisieren oder auch ist es teilweise auch nicht mehr verfügbar in gewissen Regionen dieser Welt. Jetzt, dieses System ist anscheinend noch nicht ganz so ausgereift beziehungsweise geht es extrem aggressiv vor. Das heißt, viele große auch, also auch große YouTuber und namhafte YouTuber, wie beispielsweise Angry Joe oder TotalBiscuit oder ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber viele von denen haben Probleme mit diesem System, weil dieses System deren Videos praktisch flaggt und dann können sie sie nicht mehr monetarisieren. Das ist jetzt für Leute, die davon abhängig sind, die beziehungsweise ihr ganzen Lebensunterhalt mit YouTube finanzieren, ist es natürlich ein Problem, wenn da ein Ein-Millionen-Video einfach mal geflaggt wird und dieses Video, was eine Million Aufrufe hat, einfach kein Einkommen mehr generieren kann, ist es natürlich problematisch. Das heißt, aber das hat auch Auswirkungen auf uns alle, also auf alle die Leute, die auch einfach so Let's Plays machen auf YouTube. Denn wir haben ja in den meisten Fällen nicht die Rechte an den Videos, die wieder hochladen. Jetzt gibt's die Möglichkeit natürlich, dass man einem Netzwerk beitritt oder so, dass man beispielsweise in einem Netzwerk ist und das Netzwerk hält einen dann so den Rücken frei gegenüber diesen Content-Ansprüchen von dritten Firmen oder was auch immer. YouTube scheint das Ganze irgendwie noch nicht ganz so ernst zu nehmen. Also es gab schon einen großen Aufruf in der Community oder Aufschrei in der Community, welcher dazu geführt hat, dass YouTube sich mal offiziell dazu geäußert hat. Und sie sagen halt einfach, ja, also wenn ihr, wenn ein Video von euch geflaggt wird, dann könnt ihr das ganz einfach anfechten, wenn ihr der Meinung seid, das ist halt nicht korrekt. Naja, das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass das nicht korrekt ist, weil ich meine, wenn jemand Let's Playt, dann nimmt er ja das Spiel, nimmt das auf. Und ich meine, das Spiel haben wir ja alle nicht selber programmiert, deswegen haben wir ja in dem Sinne keine Rechte an dem Spiel. Deswegen sind die meisten dieser Claims auch gerechtfertigt, weil wir selber keine Rechte daran haben. Die Inhaber dieser Rechte aber auch nur eine Scheibe vom Kuchen haben wollen und dementsprechend diese Videos flaggen und dann das ganze Einkommen, was durch diese Videos generiert wird, praktisch für sich beanspruchen. Das stellt halt so diese ganze Let's-Player-Szene ein bisschen in Frage, die momentan in YouTube, außer auf YouTube selber, extrem Erfolg hat. Ich denke an YouTuber wie PewDiePie oder so, das sind Leute, die sind teilweise echt die größten YouTuber überhaupt, also von der Menge an Abonnenten her gesehen. Und das könnte echt problematisch werden in Zukunft, auch für uns kleinen YouTuber, weil wir haben, wir machen das ja nicht unbedingt, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren, aber trotzdem, wir machen das ja durch Games und dementsprechend können wir auch, dass sie zum Ziel werden, dieser Flag-Attack von diesem neuen YouTube-Content-Kontrollsystem. Lösungsansätze gibt's in dem Sinne nicht. Ich würde jetzt halt jedem raten, der der Meinung ist, dass es ungerechtfertigt ist, also beispielsweise bei Videos von Minecraft. Also ganz wichtig ist natürlich, dass ihr keine Musik in euren Videos drin habt, die beispielsweise nicht euch gehört oder die ihr nicht selber gemacht habt. Und Fruity Loops zählt in diesem Fall auch nicht, weil die Loops, die da auf Fruity Loops verfügbar sind, gehören ja euch auch nicht. Von daher habt ihr auch keine Chance zu sagen, ich hab das zwar selber auf Fruity Loops gemacht, aber trotzdem habt ihr ja keine Rechte an der Musik, die ihr da erstellt habt, obwohl ihr sie selber gemacht habt. Ja, das ist zum Ersten die Musik. Zum Zweiten Cutscenes von Games. Also wenn ihr ein komplettes Walkthrough macht von einem Spiel, dann habt ihr ja oft auch diese Zwischensequenzen drinnen. Diese Zwischensequenzen werden auch erkannt von dem System und das ist problematisch. Also Logos, Zwischensequenzen und Musik sind extrem problematisch in diesem Zusammenhang. Also ihr habt Probleme, wenn ihr diese Sachen drinnen lasst. Ich hatte das auch mal, bevor ich bei meinem Netzwerk war, hatte ich auch so ein Problem, das war bei Far Cry 3, da jedes Video, wo halt eine Zwischensequenz drinnen war. Und ich mein, wenn das ein Walkthrough ist, dann kann ich die Zwischensequenzen nicht einfach rausschneiden, weil die ein Bestandteil der Geschichte des Spiels sind. Von daher kann ich nicht einfach sagen, okay, gut, ich schneid die raus und dann lass ich das Spiel so, wie's ist. Und deswegen mach ich ja in dem Sinne auch keine Walkthroughs mehr. Ich spiele keine Spiele mehr mit einer speziellen Geschichte, die Zwischensequenzen drinnen haben, die jemand anders für sich beanspruchen könnte. Ich nehme ja vermehrt Multiplayer-Partien auf. Diese werden vorerst noch nicht erkannt, zumindest, soweit ich weiß, ebensofern kein Logo und keine spezielle Musik drinnen ist. Und dann halt so Open-World-Titel, die werden auch nicht erkannt. Ich mein, es ist ja unmöglich, dass eine Kontrollsoftware jeden einzelnen Winkel eine Open-World-Welt erkennt und ein Spiel dementsprechend erkennen kann. Ja, das sind so ein bisschen die Sachen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr auch in Zukunft Videos machen wollt. Zudem müsst ihr halt gucken, dass ihr die Erlaubnis habt, eure Videos zu monetarisieren, falls ihr das wollt. Bei mir ist es beispielsweise so, ich bin in einem Netzwerk drinnen. Mein Netzwerk hat die Rechte an den Spielen, also hat die Erlaubnis von den Rechteinhabern der Spiele, dass man mit diesen Videos Geld machen kann. Also, dass ich diese Videos auf YouTube monetarisieren kann. Wenn ihr nicht in einem Netzwerk seid, dann gibt's die Möglichkeit, dass ihr da bei den Entwicklern anfragt. Beispielsweise bei Battlefield oder anderen Spielen gibt's die Möglichkeit, halt einfach direkt beim Publisher anzufangen und zu fragen, ob ich dieses Material benutzen darf und ob ich das monetarisieren darf. Viele Publisher sind da auch relativ gnädig und sagen, ja, ja, klar, mach. Bei Indie-Spielen ist es meistens so, aber da müsst ihr halt individuell bei jedem Spiel das Ganze noch abklären. Ist es meistens so, dass die Indie-Entwickler ein Interesse daran haben, dass ihre Videos Let's Played, also, dass ihre Spiele Let's Played werden. Weil ich mein, die haben natürlich nicht so ein großes Budget, um weiß ich wie viele große Werbekampagnen aufzuziehen. Bei Minecraft jetzt zum Beispiel ist es so, da gibt's gar keine Einschränkungen. Da dürft ihr Videos aufnehmen, da dürft ihr die Videos monetarisieren und ihr dürft die Videos als euer Eigentum praktisch ins Internet laden. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss man halt dann jeweils von Spiel zu Spiel abwägen und gucken, wie ist es jetzt bei dem jetzt im speziellen Fall. Oder aber man tritt einem Netzwerk bei, wie ich das gemacht habe, und dann hab ich diese ganzen Probleme nicht, weil ich praktisch von meinem Netzwerk, ja, praktisch verteidigt werde in diesem Falle. Anscheinend gibt's aber jetzt eine Änderung auch in der Netzwerkstruktur auf Januar 2014. Das heißt, es gibt entweder Managed-Netzwerke, Netzwerke, die gemanagt werden, oder, wie nennt sich das schon wieder, das ist ein Managed Channels Network oder sowas. Und bei denen tretet ihr praktisch die Rechte an eurem Kanal ab ans Netzwerk. Ihr habt dann aber die Probleme nicht mehr, dass ihr euch darum scheren müsst, was lade ich hoch, weil das Netzwerk eben die Rechte innehat. Aber ihr gebt die Rechte, das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr einem Netzwerk beitretet nach Januar, dann geht ihr sehr wahrscheinlich in ein gemanagtes Netzwerk rein, weil die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht so riesig groß sein, dass ihr ein Affiliated Network sein könnt. Affiliated Networks, das ist eher für große Kanäle, wie jetzt beispielsweise Angry Joe. Und da seid ihr jedoch immer noch selber für den Inhalt eurer Kanäle verantwortlich. Dementsprechend könnt ihr von Firmen geflaggt werden, die die Rechte an Spiele innehaben, die ihr auf eurem Kanal let's playt. Es ist extrem kompliziert. Es ist so eine Wandlungsstimmung überall auf YouTube momentan. Das ist nicht gerade cool. Also es ist sehr kompliziert, das Ganze und das Ganze zu durchschauen, erfordert auch extrem viel Aufwand, weil man sich reinlesen, reinsehen und allgemein informieren muss, was jetzt genau wie und wo und was. Ich bin selber noch nicht ganz durch mit dem Ganzen. Also ich habe selber noch nicht so hundertprozentig die Ahnung, was gerade am Laufen ist. Ich denke, das Beste ist es einfach abzuwarten und trotzdem halt selber immer zu gucken, benutze ich auch echt nur meine Musik, benutze ich echt nur Logos und Wallpapers und was auch immer in meinen Videos, wo ich auch die Rechte dran habe. Ich weiß, es erfordert mehr Arbeit von euch, aber ich meine, im Endeffekt lohnt es sich, weil ich meine, niemand von euch hat Bock auf drei Strikes oder auf einen Strike auch nur, weil das ist echt scheiße, wenn man das auf YouTube kriegt. Andererseits gäbe es dann auch die Möglichkeit, auf Twitch zu migrieren. Was jedoch auch wieder mal, da müsst ihr ja auch wieder eure Fanbase wieder aufbauen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen problematisch auch da. Ich meine, ich habe jetzt auf YouTube, keine Ahnung, 1300 Abonnenten ungefähr. Auf Twitch habe ich zwei. Also ich streame ja, ich habe auch momentan auch wenig gestreamt auf Twitch beziehungsweise auf meinem Twitch-Channel ist noch gar nichts drauf, aber das gestreamt habe ich schon mal. Aber eben, da müsst ihr halt wieder die ganze Fanbase wieder aufbauen. Das erfordert ja auch Arbeit und dass die Leute dann drüber, nach drüben gehen, also zu Twitch gehen und so, da muss man sich auch noch überzeugen. Aber ich denke langfristig, wenn das mit YouTube so weitergeht, wird uns wohl, uns Let's Playern, keine andere Wahl übrig gelassen, als eben unsere Let's Plays in Livestreams umzuwandeln, dementsprechend auf Twitch das Ganze weiterzuführen. Ich werde euch auf jeden Fall hier auf meinem Kanal auf dem Laufenden halten, was momentan so geht, was es für Auswirkungen auf meine Arbeit hat und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einsicht gewähren, in was gerade am Laufen ist. Wenn euch dieses Video weitergebracht hat oder wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch meinen Kanal, da kann ich euch auch in Zukunft hier auf dem Laufenden halten zu diesen Themen. Ich bedanke mich für's Zuschauen, und ich bin Mystic von TAR Gaming. Adios. Ich bin Mystic von TAR Gaming. Ich bin Mystic von TAR Gaming. Ich bin Mystic von TAR Gaming.